so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke ich habe einen riesen fetten post gemacht und gesagt dass mein pc kaputt ist bzw die grafikkarte irgendwie den geist aufgegeben hat ein monitor ausgefallen ist ich habe versucht am sonntag zu streamen das ging nicht es hat keine bildung keinen ton übertragen ich habe probiert ob ich videos exportieren rendern kann schneiden kann schneiden an sich ja geht aber sobald du rendern möchtest exportieren möchtest dass die sachen zusammengefügt werden als ein video kommt immer wieder dieselbe fehlermeldung und geht nicht weil es alles irgendwie einen drücker weg hat so jetzt habe ich mondag mal pause gemacht und für dienstag versuche ich trotzdem weil henry mir ja ein ticket geschenkt hat und ich die aufgaben von dem ticket fertig hatte ich mich bei henry bedanken wollte deswegen zeige ich hier nochmal kurz da steht jetzt ninel dran das kann man nicht machen ich muss mal kurz für euch ein henry suchen so hen henry dankeschön an henry nicki für das ticket zum achten jubiläum von pokémon go denn da gab es eine forschung die ihr so machen konntet und dann eine mit ticket und die hat mir henry nicki geschenkt ich habe gesehen bildschirmaufnahme am pc direkt so wie das jetzt hier ist funktioniert noch wirkt aber irgendwie ruckeliger hässlicher schlimmer ich glaube der ton passt aber das bild ist bestimmt richtig asozial deswegen nehme ich das jetzt trotzdem mal auf für dienstag und ihr könnt ja dienstag unter diesem video hier nochmal feedback geben wie das so ist soll man das jetzt so machen als übergang oder lieber gar nichts machen es dauert wahrscheinlich zwei drei oder vier wochen bis ich wieder normal zurück sein kann das hat diverse gründe ja und noch irgendwas war auch habe ich jetzt auch vergessen keine ahnung auf jeden fall ist hier showcase ist auch fertig geworden dieser sam glumanda meldhan drin dreimal platz eins abgeholt machen wir jetzt hier nehmen wir kurz mit zack 30.000 ep nochmal eingesackt wenn wir jetzt hier drücken seht ihr ja befristete forschung party zum achten jubiläum da gibt es etliche encounter die man abholen kann das möchte ich jetzt hier mal machen ihr seht ihr dann wie flüte ist was sinnvoll ist oder nicht wir fangen einfach durch aber wer ist denn zum schluss ein biser mit partyhut wir haben ein glum mit partyhut normalerweise immer alles wirklich genial aber ich glaube jetzt schon im augenwinkel zu vernehmen dass das was dort übertrag ruckelt ja nicht flüssig ist keine ahnung das heißt es ist nicht optimal jetzt haben wir auch drei bälle gebraucht um endlich das glumanda einzutönen das war auch nicht optimal jetzt kommt schicke hier macht er weiter wo es glumanda aufgehört hat was haben wir noch hier drin hier ist noch wampel mit partyhut nehmen wir auch noch mit ich glaube aber das ist die forschung die sowieso jeder hat die frei war aber weil das henri nicky ding hat glaube ich nur eine seite deswegen haben wir hinten eben das jetzt holen wir das jetzt auch hier ab wohin genau war da drin nido vino war da drin hier haben wir noch radikal kann ja auch alles shiny sein jetzt haben wir hier noch mal 8888 staub 8888 ep und eine begegnung mit dem pikachu hier mit diesem kuchen hut der auch am dienstag dann in der spotlight stunde ist und das ist die zweite seite da dürfte nur meldhan drin sein wir holen aber erst mal das ab weil das ist jetzt vom ticket das ist vom ticket von henri nicky ein glücksei eine brutmaschine ein rocket radar ein raid pass danke dafür ein knuss ein sternstück ein rauch eine super brutmaschine 8888 ep und eine begegnung mit meldhan 431 ok werfen wir mal drauf wer jetzt meldhan gefangen hat in der woche anfängt wegen diesem fuß gibt es ja wieder eine wöchentliche forschung wo ihr erkunden müsst und ein paar sachen kriegt da ist jetzt noch nichts von der jubiläumsforschung da müsste jetzt glaube ich überall meldhan drin sein 444 da kommt es jetzt wirklich an weil die alle level 15 sind was hat den höchsten wert das müsste dann das beste sein ist vielleicht ein shiny dabei 444 hier ist 435 das heißt 44 ist bisher am besten haben wir über 41 geflogen was anderes jetzt gedrückt hier drauf gedrückt hier auch überball 15 verschwunden durch den eltern anholen zusätzlich gibt es immer noch ein zu sieht man hier doch hier gibt es auch wieder zehn überbälle und das ding 439 also 444 müsst bis im westen einfach fabelhaft gut ein letztes ist auch noch hier unten drin das nehmen wir auch noch mit 453 also das letzte ist jetzt das beste 100er wäre schon cool habe ich damals ja auch gehabt auf dem main fand ich immer sehr stark jetzt guck mal hier was dabei haben 453 ist das beste hier gab es heute einen hoh o-rate aber da werten wir jetzt kurz dass es jetzt hier zwei sterne da dran schicki dann drei sterne nidorino drei sterne radikal zwei sterne pikachu drei sterne mit 431 hat zwei sterne 444 schon mal drei sterne und sogar einen wert auf 15 das heißt das sieht ganz gut aus hier 2 3 3 3 das wird jetzt noch besser hat es vielleicht 15 angriff also das ist noch gar nicht moment 15 angriff hier 453 15 angriff 13 15 kp also das ist cool das hat sich auf jeden fall gelohnt ein bisschen ist 96 ich glaube ich habe einen 80 kurz eingehen mel so und nach wp dann haben wir hier malz nämlich drin wie malz 15 13 12 das andere habe ich nur entwickelt theoretisch könntest du aber ich glaube dann würde ich lieber das andere nehmen würde jetzt noch ein paar meld anboxen machen und jetzt hier mal umziehen das kann ja auch sein dann war es mal von meiner seite aus wenn das nächste spiel ist eigentlich die henry forschung sieht bestimmt jetzt richtig aus hört leicht komisch an seht ja auch immer der desktop ist komplett auch zugemüllt weil alles was auf dem einen war jetzt auf den anderen drauf geflogen ist ich das alles irgendwie sortieren muss ich will ich will dann baut sich also es ist ein dreifach das klappt irgendwie videos schnell ab weil ich an die aufnahme da kannst du halt nicht so fach gucken wie in der zustand ist wie gesagt gar nicht äh aber dann peace und und dann